Bitter Was soll das denn? Emma! Was ist das? Ich kann auch lesen. Wann wolltest du mich davon in Kenntnis setzen? Warum? Aber man kann sich doch nicht einfach so scheiden lassen. Was soll das denn? Was soll das denn? Ich kann auch lesen. Wann wolltest du mich davon in Kenntnis setzen? Warum? Aber man kann sich doch nicht einfach so scheiden lassen. Was soll das denn? 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 Warum? Aber man kann sich doch nicht einfach so scheiden lassen. Was soll das denn? 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 Das Zusammentreffen mit den Jungs, heute war seltsam. Man hat sich heute auch verändert. Ich wünschte, du wärst heute hier. Bitte. Ich wünschte, du wärst heute. Ich wünschte, du wärst heute hier. 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 Christine, haben wir irgendwo noch Bleistifte oder einen Anspitzer? Untertitelung des ZDF, 2020